servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier bei journey of life und wir waren dabei hier diese sägemühle zu bauen und ich bin jetzt echt mal gespannt wie das ding dann funktionieren wird habe ich da jetzt irgendwas gehört okay so wir brauchen ja dieses sägeblatt solltet ihr euch wundern unten in der anzeige ist dreimal die achs drin ich habe keine ahnung warum aber ich denke mal das ist halt noch immer dieser early access bug den es immer wieder mal gibt ich habe auch neu geladen also von daher kann das schon durchaus sein mir fehlen noch zwei wir fehlen noch zwei von den holzzahnrädern die habe ich doch das letzte mal eigentlich mitgemacht aber gut manchmal noch mal zwei müssen wir jetzt leider kurz warten auf jeden fall bin ich sehr gespannt auf die sägemühle weil wir sie bekommen ja doch um einiges mehr an bäumen raus also an brettern raus als nur ein einziges stück ich würde sagen ich fälle ein zwei werden das rad hergestellt wird zumindest das erste rad hergestellt wird so einfach nur mal ein paar bäume hier weg fällen das ist nur ein einziger baumstamm der da fällt ich habe jetzt eigentlich gehofft dass mit der mit der axt immer wieder ein bisschen mehr ausfällt vielleicht noch ein oder zwei mehr komm hack ihn zumindest die drei stück dann gehe ich mal zurück dass wir die nächste ladung auch noch machen das zeug fliegt rum hier ich bin wieder gut bewaffnet mit holz warum mir das immer in die hand ok das sollte jetzt normalerweise noch mal eins sein ach so immer wenn ich da rein gehe funktioniert das nicht ich muss dann immer in das menü gehen ist auch ein bisschen seltsam gemacht ich hoffe dass die auch da irgendwas ändern werden sondern noch einmal zahnrad ok dann können wir das hier auf jeden fall schon mal dran klopfen dann fehlt ja im grunde nur noch eins so wo ist mein plan noch ein holz zahnrad 11 ich möchte dann auch mal wissen wo stelle ich das ding eigentlich hin im grunde da haben wir die drechselbank also wenn dann würde ich das vielleicht hier herstellen ich glaube das wäre wäre nicht verkehrt nur wir brauchen halt power für das ding das ist das problem brauchen wirklich richtig power das ist denn jetzt schon hergestellt ich sehe es nicht doch ich habe schon im inventar alles okay ich habe nichts gesagt was das das ist cool das ist cool das ist ein richtig großer platzchen alter schwede ich habe da muss ich die die plattform noch um einiges ausbauen warte mal ich mache das jetzt mal dahin weil ich will mir das ding ja auch mal angucken es gibt hier eine rampe so blade switch plattform switch und noch mal plattform switch so ich habe keine ahnung was es damit aufsicht hat das ding weg t baum modus was ist das da ach so das muss wahrscheinlich eh noch strom bekommen weil ich habe ja da gar nichts an power so eine plattform da ist die ganze maschinerie okay also wir brauchen hier auf jeden fall umdrehungen so ich habe ein windrad ich glaube nicht dass das reicht und ich glaube auch nicht dass diese plattform hier ausreichend ist von daher werde ich jetzt mal davon dazu übergehen zum einen würde ich erst mal sagen ja wir nutzen jetzt im grunde mal dieses ding hier kann ich das jetzt nutzen oder nicht doch so zack weg mit dir das nutze ich jetzt mal hier weil dann können wir nämlich mit den nächsten baustellen die wir da im grunde herstellen können wir dann erst mal die maschine hier benutzen so okay das glitsch da dran alles klar also hier dann hätten wir das rad und dann muss wahrscheinlich das da ob das reicht ist natürlich die andere frage das kommt dahin 274 ich weiß nicht ob das reicht ähm baumstämme habe ich ja ne so wo müssen müssen die da drauf gelegt werden wahrscheinlich weil da sind ja die sägeblätter ah man droppt die einfach hier nur so drauf so drei ich weiß nicht wie viele gehen ich hole mal noch welche das ist cool weil wenn wir da jetzt nämlich mit dem mit der sägemühle schon mal ein paar bretter mehr herstellen können dann sind wir auch ratzfatz fertig oh zwei stück perfekt zwei wollte ich dann können wir nämlich dann können wir nämlich wesentlich schneller gehen da fünf drauf okay so und dann muss man wahrscheinlich hier irgendwas machen okay das da laufen die sägeblätter plattform switch backward ah hör auf nee da geht nichts okay ist das genial äh und jetzt muss ich das wahrscheinlich wieder zurück ne backward wie häufig muss man das machen da unten drunter liegen die hölzer ich glaube ich spinn okay warte mal es sägt schade dass man nichts hört ne und backward ich werd ey das haben die geil gemacht sorry aber das ich find das saugeil gemacht vor allem das ist halt dann nicht einfach so dass du da ähm jetzt irgendwie sonst wo rumrennen kannst sondern du musst hier stehen bleiben und die maschine natürlich bedienen das ist das ist cool das ist echt cool das ist echt cool so es liegt ja noch holz drauf also gehen wir nochmal ich freue mich schon drauf auf den sound also wenn die das irgendwann mal implementiert haben hoffe ich zumindest okay das war das letzte cool das heißt wenn es zurück ist dann kann ich die ausmachen und ich habe hier 25 bretter liegen alter schwede das ist cool das ist echt bin ich echt voll begeistert von so dann oh structure ist dingsbums alles klar wie geht es da da geht es auch nicht da da ok dann verbreitern wir erstmal hier und ich verbreitere hier schon mal anreißen das weil das geht ja jetzt ratzfatz dann yes ok das ist cool das ist wirklich cool so warte mal dann tue ich dich dahin schauen wir mal wir kriegen ja nicht allzu viele bretter in die hand die fallen ins wasser aber ist ja egal so mein hämmerli wo bist du das ist echt cool ok holen wir uns den nächsten tschuuu gleich drüber gehopst so das 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 war da noch eins war das der Rest das ist super na hör auf wenn ich sag hör auf zu schlagen dann hörst du auf zu schlagen bitte das ist echt cool so ähm dann stelle ich die liebe maschine hier mal weg das ist unsere drechselbank die wird dann ähm also im grunde haben wir hier eine richtig tolle Möglichkeit eine Werkstatt her zu bauen das ist nicht schlecht so die toolbank die tue ich jetzt auch wieder hier im Anschluss dran müsste eigentlich hier ganz schön stehen so ich überlege halt ob ich hier irgendwie eine Mauer oder sowas oder eine Wand drum rum ziehen soll weil ich glaube so warte mal wenn ich die jetzt weg tu wenn ich die jetzt weg tu ich würde lieber erst nochmal die paar Bretterchen hier holen also ich meine das Ding könnte man theoretisch ja nutzen um die kleinen zu machen ne aber ich weiß nicht ob man da ja ja doch freilich das ist egal die kleinen sind egal weil da hat man da hat man immer aus einem Brett zwei Stück das ist ja normal würde ich jetzt sagen oder so holen wir mal nochmal fünf Bäume Moment Oh ich muss was essen ich werde das Essen vergessen ich nehme mal zwei Stück raus so einmal da her und gib ihm oh dann ist es nur noch ein Schlag das ist auch nicht schlecht so sammel die mal und dann kannst du die gleich verputzen da war jetzt der Busch im Weg so 666 und nochmal gut perfekt man schlägt zwar ein bisschen langsamer aber das ist nichts im Vergleich zu dem wie man vorher geschlagen hat ich störe das Ding auf der Hand aber ich kann es nicht ändern auch wieder nur einer sag mal die Dinger haben gar keine Ausbeute ne ich weiß nicht ob man die Zapfen für irgendwas anderes noch benutzen kann gut okay den anmachen so rein mit euch gut fünfmal einmal den Hebel gezogen und den Hebel gezogen das ist Wahnsinn ich weiß nicht ob ich sowas bauen könnte wenn ich auf irgendeiner einsamen Insel bin oder auf ne auf so einem Ding hier und müsste mir quasi etwas schaffen um mir was zu bauen ich weiß nicht ob ich das hinkriegen würde aber anscheinend reicht das Windrad absolut aus dass man diese Bretter machen kann so ich meine von den Trailern her und so weiter müsste es normalerweise auch die Möglichkeit geben noch welche zu finden noch Leute irgendwie zu finden NPCs die für einen die Arbeiten machen das wäre natürlich schon interessant ob wir da noch jemanden finden aber wir haben im Grunde von der von der Insel her ja schon eigentlich alles gesehen so viermal muss das ganze gemacht werden dann hast du pro Stamm fünf Bretter ist klar weil beim letzten Schnitt sind es ja dann zwei die da überbleiben ne zack zu geil einfach zu geil einfach zu geil so ok dann lasst uns mal Holz sammeln so dann baue ich nämlich erst einmal hier weiter ok damit habe ich das geschaffen und dann würde ich nämlich diese Säge an den Rand da vorne hinstellen ich brauche irgendwo einen Anfasspunkt da so einmal drehen bitte es ist immer schwierig zu drehen wenn du wenn du Tasten nutzt ich würde sogar sagen ich lasse die ein bisschen weiter vorne stehen so dann kann man nämlich hier auch noch jederzeit dran vorbeilaufen dann brauchen wir natürlich dieses Ding hier und noch das Windrad yes ja das ist doch ok so dann kann man vielleicht hier daneben den Speicher dann hinbauen diesen Bretterspeicher aber zuerst mal werde ich auf jeden Fall hier noch eine Plattform machen die Überlegung ob ich vielleicht hier auch noch ich probiere das jetzt mal kann ich da eine hinbauen ja ich kann eine hinbauen das ist gut weil dann könnte man hier gut das habe ich schon gedacht geh raus da dritter bitte so neun stück haben wir noch dann könnte man hier vielleicht Kisten herstellen wo man so ein bisschen vorratsmäßig was machen kann ich brauche natürlich noch Hölzer das ist klar aber dann könnte ich da vielleicht noch ein Windrad herstellen jetzt möchte ich mal gucken mach mal T hier ja gut die Plattform die bringt natürlich nicht sehr viel wenn dann müsste ich hier quasi noch eine hin machen da unten drunter ok angerissen ist es das da lasse ich so dann gucken wir mal noch die Wände und zwar nur so halbe Wände na wo seid ihr da im Grunde so Geländer hier quasi nochmal her ah ich glaube das ist cool und dann kann ich nämlich da auch nochmal eins machen ah das schaut cool aus glaube ich ok wir brauchen auf jeden Fall Holz so viel ist sicher wir brauchen Holz so deswegen schnappe ich mir jetzt auch mal diese diese super tolle Karre und wir tingeln einfach mal hier nach vorne Wasser habe ich im Grunde gerade noch genug ich gehe jetzt mal da her weil das sind nämlich zumindest schon mal zwei Bäume so Axt raus ähm wo bist du? da ich steh genau daneben so der Sound läuft jawohl das passt das ist die Hauptsache dann kann ich nämlich alles was jetzt hier am Boden ist direkt hier in den Wagen reinpacken und dann geht es nämlich auch wesentlich flotter so warte mal dann das da kann ich auch gleich noch mit rein tun so dann hacken wir den Baum noch um ich bin mal gespannt wie viel da reinpasst weil ich würde jetzt einfach mal sammeln wollen so rein mit dir es ist schade dass man aber das nicht irgendwie wie eine Kiste aufmachen kann ach das geht ja nur einzeln habe ich die dann da alle gesammelt? ne habe ich natürlich nicht gesammelt ne warte mal ich kann es aber so machen ich kann mir die in die Tasche packen dann sind sie gestackt und dann da rein das kann ich machen so einmal zack ähm dann gehen wir einfach mal ich mag die großen Bäume wenn wir nicht weg machen da sind nochmal zwei kleine ich bin mal gespannt ob wir das noch rein kriegen und vielleicht auch noch ein bisschen Bambus probieren wir halt einfach mal also ich bin wirklich gespannt ganz ehrlich was da noch kommen wird wenn die daran weiter arbeiten weil aktuell ist es wirklich der Hammer das Spiel auch wenn es im Early Excess ist so die tue ich wieder in meine Tasche rein oh da muss ich immer gucken dass ich die oben die müssen oben drauf liegen auf dem Ding so und so und so da passt was rein würde ich sagen ne? schauen wir mal ob wir den Bambus auch noch mit rein kriegen es wäre natürlich nicht schlecht dann mit dem Schubkarren im Grunde genau an die Sägemühle und dann direkt im Grunde da draus bedienen so und so jetzt geht es nichts mehr wir sind quasi jetzt am Ende der Liste und die Liste sehe ich nicht einmal bis ganz runter da ist noch ein gezackter ach da waren noch Sachen drin ne? deswegen okay warte mal dann nehme ich die Stecken so mit dann schnappen wir uns einmal den Wagen und es geht zurück kann ich damit rennen auch? ja ne es geht nicht es ist kein Unterschied also das Ding kann man definitiv nicht übersehen und so langsam sollten wir uns dann auch überlegen mit dem Haus was ich da vor habe zu bauen schwupp aber es ist ähm wenn man mit diesem Wagen unterwegs ist dann ist es auf jeden Fall irgendwie seltsam mal hört ein bisschen hört man das das Getriebe ein bisschen hört man es so der Wagen 1 2 3 4 5 ja das ist ja auch nicht schlecht dann kannst du hier einfach mal 5 Stück rein machen was ist nu? warum kann ich die nicht? ach das war noch nicht ganz hinten deswegen ah ok also einmal zweimal dreimal viermal und fünfmal yes tja dann lassen wir mal die Säge wieder laufen Moment da enddessen könnte ich hier vielleicht nochmal schnell den Stein hier reinschmeißen und jetzt die Bambus auch noch reinschmeißen so und wir könnten uns dann im Grunde gleich wieder fünf Bretter hier rausnehmen so dann einmal Backward bitte tja Edward mit dem Baumstamm hinten oh nein so und wieder vorwärts es macht alleine schon Spaß der Maschine halt einfach zuzuschauen wenn man dann sagt da geht was ja wir können jetzt dann auch gleich mal anreißen ähm und zwar die die Plank Storage weil wenn ich nämlich so viel Holz machen kann auf einen Schlag dann wäre es natürlich schon von Vorteil wenn wir da auch dieses äh Storage hätten so mal gucken Stationen und irgendwo war dieses Blank Storage hier wo bist du da oder ne Plank Steamer wo war das Plank Remote Storage Workers will carry items to closest Remote Storage keine Ahnung was das jetzt ist aber ich wollte jetzt eigentlich den Plank Storage machen und du bist wo? Sawmill Kiste Antriebe Antriebe Bett da Plank Storage ach und da brauche ich ja dieses trockene Rasenstück ach was ist das übel kann das sein dass das trockene Rasenstück im Grunde ähm diese Birke ist also ich nenne es halt jetzt einfach mal Birke weil ich brauche hier dieses getrocknete getrocknete Ding ne Moment ein bisschen da rüber stellen dann kann ich die Bretter zumindest schon mal nutzen das ist halt auch nicht schlecht wenn ich dann ähm was fertigen will dann stelle ich das einfach genau hier daneben und kann es nutzen gleich zum zusammenbauen und dann stelle ich halt das Teil wieder weg wir sind jetzt eh bald da drüben ne das ist glaube ich eh super dass ich hier gebaut habe weil wir können dann im Grunde wenn ich weil da wollte ich nämlich auch noch was hin machen da vorne ähm und dann einfach hier geradeaus rüber einen Weg dass wir nicht da durchs Wasser müssen so leute so leute dieses getrocknete Zeug getrocknetes Rasenstück ich werde es finden mit Sicherheit werde ich es irgendwann finden wieso kann ich das da eigentlich warum habe ich das angezeigt wundert mich jetzt so die möchte ich nur mal weg tun ich kann die jetzt aktuell sowieso nirgends hin tun deswegen stable ich die jetzt einfach mal hier übereinander oh ähm Moment ich kann ja die fünf Stämme gleich mal drauflegen und dann kann ich nämlich die hier einsammeln so dann kann ich die da gleich mit drauflegen ich sehe halt überhaupt nichts also ich von den Konturen ah das dachte ich mir von den Konturen habe ich jetzt gar nicht erkannt wo ich es drauflege ok das heißt jetzt reißen wir erst einmal oh ne warte mal warte mal warte mal wir haben unseren Hammer in der Hand und ich nehme jetzt da einfach mal ein paar Bretter raus fünf Stück brauche ich ja pro Plattform und ich denke dass ich auch ein paar Meter Stücken brauche ok das schaut auch gut aus finde ich ich finde es schaut echt gut aus dann wollte ich den Zaun zum einen dahin machen und dahin machen ein hoher geht ja leider nicht Moment ähm da drüben machen wir dann im Grunde das gleiche aber da brauche ich natürlich nicht einmal brauche ich da nicht einmal eine Plattform irgendwo schnappt das ne da brauche ich eine Plattform Moment das machen wir naja das machen wir doch hey komm jetzt ok ähm T ah ich hatte sogar noch welche einstecken in der letzten Zeit müsste das aber gehen mit dem Geländer na komm wo bist du da yes was brauchen wir da fünf Einmeter Bretter ok dann schnappe ich mir mal alles was da liegt und die verarbeite ich komplett zu einem Meter Stücken allerdings möchte ich den Sägebock hier nach unten schaffen denn wenn ich das mache dann dann sollte es hier unten passieren so ein Meter Stücken und zwar sind sieben Bretter das wären dann 14 Stück perfekt das liegt alles drauf dann kann ich hier die Maschine gleich wieder bedienen das ist halt sehr viel jetzt gerade mit Maschine machen ich glaube ich werde jetzt da noch ein bisschen Holz vorbereiten das finde ich cool irgendwie wenn da noch mein mein Haupthaus dann drauf sitzt dann habe ich quasi hier unten meine mein Werk Stadtbereich wenn ich so will das wird cool und ich muss mich auf jeden Fall mal umschauen nach diesen Grasbüscheln das macht mich ganz kirre ich meine die Maschine könnte da liegt ein Stein oben drauf die Maschine könnte ja sogar direkt abgegriffen werden von dem Bock wenn ich jetzt sage ich möchte Meter Bretter dann könnte das sogar sein dass das direkt aus dem Vorrat hier schöpft möglich wäre es ne und die Sonne geht schon wieder unter der Tag vergeht so lang also so schnell irgendwie nachts sind wir Ewigkeiten also das haben wir ja das letzte Mal gemerkt so noch einen Schnitt und dann ist das Holz aufgebraucht zumindest das schon mal zack jawohl und das ist halt auch schön animiert finde ich ne das haben sie echt gut gemacht so wieviel einzelne sind es 14 ist ja eh zu wenig kann ich da jetzt nicht noch mehr machen nein weil das wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit weg steht das müsste ich wahrscheinlich näher da ran stellen das können wir ja im Grunde hier direkt im Anschluss machen und schöner dran so zack schaut es ja fast aus als würde es so gehören so 2 Meter Bretter ich würde sagen ich mache mal noch 5 Stück cool ah jetzt fehlen mir noch 6 Stück wahrscheinlich dann haben wir schon mal 2 äh 4 2 fehlen mir noch yes das finde ich schon mal ganz gut yes da werde ich auf jeden Fall noch einiges an Holz vorbereiten und ich werde mich mal umschauen ob ich dieses komische Gras Büschel Zeugs finde das wäre nämlich super dann könnten wir diesen Storage vorbereiten ich raschle immer selber durch das Gras und dann erschrecke ich immer so sackrisch so einmal einmal zweimal so gleich aufheben gleich wieder was essen im Grunde ja das passt Magen ist voll Trinken ist immer voll hervorragend und es wird gerade Nacht Leute lasst mir ein Like da lasst mir Kommentare da und dann täts mich wahnsinnig freuen wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei seid in dem Sinn machts gut habt noch einen schönen Tag schönen Abend oder schönes Wochenende was auch immer Ciao Ciao